Hallo zusammen, heute im Test die Zink 905, hier an meinem gemütlichen Silvesterabend 2022-23. Eigentlich schon ein Klassiker, jeder kennt sie, 75 Gramm Raketen in Kategorie F2, in Deutschland leider nur für Scheininhaber. Es könnte so perfekt sein, aber heute weht der Wind. Gestartet wird mit blauer Kappe. Ja, echt gut. Weiter geht's mit grüner Kappe. Auch die gefällt mir sehr gut. Zink 905, graue Kappe. Richtig gut, aber wie gesagt, sehr windig heute Nacht. Vorletzte Rakete, rote Kappe. Das ist bisher mein Favorit. Letzte Rakete, weiße Kappe. Alles top Raketen, bis zum nächsten Mal.